Männer in die Knie. Auf dem Rollsplitt finden die Füße kaum Halt. Endlich! Rote Miefried erreicht als erster den Geheimgang der Ritter. Seine Gegner quälen sich noch die Schutthalbe hoch. Maris erreicht als zweiter den Geheimgang. Für Fried gibt es kein Zurück, denn dort warten die Verfolger. Noch 120 Treppen zum höchsten Punkt der Burg. Noch ohne Orientierung nach dem Schwarzen Loch erreicht Maris den Ausstieg. Ihm auf den Fersen Michi. Arsch! 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 Ich denke nicht mehr an die Höhe, da gehe ich jetzt einfach drüber. Das ist ein Spitzgang, aber ich war still dabei. Ich denke nicht mehr an die Höhe, da geht es nicht mehr an die Höhe, da geht es nicht mehr an die Höhe. Ich bin nicht mehr an die Höhe. Ich bin nicht mehr an die Höhe.